Willkommen im Orbit. Wir sind heute im Legoland Billund, also in Dänemark. Das ist unser erster Park in Dänemark und wir sind gespannt, sehr gespannt. Der erste Eindruck ist es vom Eingang mal ganz nett. Ganz nett, sagt er. Wir schauen uns jetzt um, viel haben wir noch nicht gesehen, aber das sind schon die Lego Sachen, die ich alle haben will und los geht's. Wir schauen uns schon. Das ist unser erster Park ins Bett Nebel. Aber das ist unser erster Park in Dänemark. Das ist unser erster Park. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das mit dem guten Wetter hat jetzt nicht lang gehalten. Und deswegen habe ich jetzt so einen Poncho an. Außen Europa. Und so sieht das aus, wenn es regnet. Ja, wir sind ja diese Bahn gefahren. Flying Eagle. Flying Eagle. Fand ich ganz lustig. Ich fand die Stelle lustig, wo man die ganze Zeit so hin und her so diese Links-Rechts-Kurven kam. Das fand ich ganz lustig. Fährt sich butterweich. Ja. Aber es ist nett gemacht mit der Thematisierung. Da ist es auch so ein Felsen. Ja. Das ist ein Adlerhorst. Wenn man ein Nest mit Adler so nennt, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und der schreit auch, wenn man vorbeifährt. Ja. Ganz lustig fanden wir auch, dass die Operator Pistolen hatten an ihrem Gürtel. So goldene Pistolen. Wir sind hier im Western-Bereich, wo wir mehr. Ich hoffe, man ist nur Attrappen. Bestimmt, sind es nur Attrappen. Die zweite Achterbahn des Tages ist Dragon. Ein Powered Coaster. Ja. Also die Burg drumherum, die gefällt mir sehr gut. Ja, das ist sehr impulsant. Das ist ein bisschen größer, glaube ich, als die, die wir im Legoland haben. Wir sind im Legoland. Also in Deutschland Legoland haben. Nicht wie in Belund. Ja, bin gespannt. Wir fahren die jetzt. Musik Ich korrigiere mich im Namen, es heißt glaube ich Dragen, im Englischen würde man trotzdem Dragen sagen, deswegen sage ich jetzt Dragen dazu, war ziemlich cool, war quasi eine Themenfahrt in sich. Ja, es ist mal wieder eine der Attraktionen, wo es wirklich schade ist, dass wir kein On-Ride machen können, weil das ist schwer zu beschreiben. Ja, also der Themenfahrt, der Dark Ride Teil ist eigentlich der überwiegende Teil von dieser Bahn. Ja, und auch der spannendste, muss man dazu sagen. Gut, später wird es dann etwas schnell, aber das ist noch sehr gediegen. Ist halt auch für kleinere Kinder gedacht, würde ich jetzt als Family Coaster abparken. Aber fand ich ziemlich cool, allein halt der Dark Ride Part fand ich mega gut. Da waren auch schon ein paar gute Effekte mit dran. Das war schon gut gemacht. Ja. Wir gucken mal weiter. Hallo. Hallo. Du warst gerade im Geschäft. Ich wollte eigentlich nur sagen, die Gärten und die grünen Lagen hier sind wirklich richtig schön gemacht. Also es ist alles nicht ganz so weitsicht, die meisten wirklich immer diese einzelnen Themenbereiche drin, man sieht auch nichts anderes. Nee. Und alles top gepflegt und angelegt. Wir fahren auch die ganze Zeit, das ist mir aufgefallen, die Wägen auch leer. Hauptsache sie fahren. Mhm. Also jetzt hier bei diesen Coaster hinter euch quasi, das fährt nonstop. Und auch bei den Rafting Routen da hinten, das fährt auch nonstop, egal ob da jemand drin ist oder nicht. Also das fände ich schon mal krass. Andere Parks würden das nicht tun. Wir wissen noch gar nicht, wo wir jetzt hingehen eigentlich. Ja, zu dem Racer, zu dem Mack Produkt. Ah, wir gehen zum Racer. Okay. Es regnet wieder in Strömen. Ja, es regnet wieder in Strömen, deswegen stehen wir jetzt quasi hier wieder unter dem Dach. Ähm, sind gerade Extreme Racer gefahren. Ein klassisches Mack Produkt. Das macht der Olli nicht, wenn ich das sage. Egal. War ziemlich lustig. Ähm, aber auch wieder so nach dem Thema halt etwas kurz. Ja, nichts Besonderes. Aber schon vom Fahrgefühl eines der Besseren, diese Art. Ja, die Kurven sind nicht so extrem. Den kann ich schon eher fahren als die anderen, die bis sonst gefahren sind. Was interessant ist, und mich hier sehr irritiert hat, man muss aussteigen während der Zug noch fährt. Der bleibt also nicht stehen. Nee. Ich dachte erst, ich darf noch gar nicht. Da ziehen die Bügel auch. Aber okay, ja. Fand ich ein bisschen gefährlich, aber warum nicht? Jo. Gut. Jetzt reagieren wir ganz flexibel auf das Wetter. Ja, weil's kacke ist. Dann gehen wir jetzt einfach in einen Dark Ride. Der Tempel. Ja. Von dem müssen wir wahrscheinlich abschießen. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Ich befürchte mal etwas Interaktives. Schauen wir mal. Guck, guck. Ich hab wieder meinen Regenfunsch an. Das heißt, das Wetter ist leider wieder ein bisschen schlecht geworden. Aber... Wir sind... Der Tempel gefahren. Der Tempel gefahren. Und an sich finde ich das eigentlich ziemlich lustig und interessant. Wobei so Schießdinger finde ich ja... Ja, ich finde da geht immer die Thematisierung flöten. Okay. Dabei hat's eine schöne Thematisierung. Deswegen sind wir jetzt auch zweimal gefahren. Einmal mit schießen und einmal noch ohne, um alles anzuschauen. Ja. Und das zweite Mal, um zu gucken, ob das wirklich so kurz ist, wie wir dachten. Weil es ist wirklich kurz. Man fährt eigentlich nur so ein Oval und dann ist es wieder vorbei. Ja. Es gibt ein Tunnel auch, wo sich das Fahrzeug sehr schnell dreht. Also wirklich sehr schnell und sehr lange dreht. Und es sind manche Figuren, die reagieren dann wirklich nur, wenn man sie auch abgeschossen hat. Ja. Und da muss man schnell sein. Ich bin's nicht. Aber es ist lustig gemacht, so mit dem Lego Humor. Mhm. Wenn man Lego mag, ist das schon lustig. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir uns hier gerade unter ein Dach geflüchtet und hier gibt's Pinguine. Ja. Da steh ich nämlich total drauf. Pinguine. Allein schon wegen den Pinguinen müssen wir kommen. Oder sollte man, kann man herkommen. Aber die sind echt goldig. Ich glaub, man kann auch, wenn man hier an diesem Pizza-Pasta-Restaurant sitzt, kann man die auch von dort aus beobachten. Oh, da möchte ich da essen. Ja, hat leider zu. Oh, schade. Wir werden uns jetzt trotzdem auf den Polar Explorer wagen, obwohl es regnet. Ja, aber ich glaub, sonst... Wetter wird, glaub ich, nicht besser. Und wir müssen's ja testen. Wir wollen ja wissen, wie's ist. Und das soll ja super toll sein. Und deswegen muss das jetzt gefahren werden. Dann bis gleich. Tja, Polar Explorer... Wahnsinn! Es ist eine tolle Bahn. Es wird gerade auch hochgezogen, deswegen wird's jetzt gleich laut. Ich hoffe, man hört uns jetzt überhaupt. Sie fährt ganz schön schnell für ein Legoland Achterbahn, muss man sagen. Und das Besondere ist eigentlich so der Freefall Tower, der da mittendrin ist. Das heißt, man stürzt quasi mit dem kompletten Wagen in die Tiefe. Und das hat schon einen geilen Effekt. Ich finde auch, man tut hier noch steiler fallen als bei 13 im alten Tower. Also brutaler, weil der bremst so brutal ab. Bei 13 ist es so ein bisschen, da wird es dann irgendwann mal so langsam nach unten gebremst. Deswegen ziemlich cool. Hätte ich so nicht erwartet. Genau. Was auch noch toll ist, bevor man den Bahnhof fährt, fährt man an dem Gehege mit den Pinguinen vorbei. Und die stehen dann alle an der Scheibe und schauen an einem Mann, wenn man vorbeifährt. Ja, das ist jetzt schon das zweite Mal passiert. Das ist wohl sehr interessant für die. Das stimmt. Ich glaube, wir fahren die nochmal weg. Ich glaube auch. Bevor es wieder regnet. Guck, guck. Wir sind jetzt essen und der Olli sagt, was wir quasi zu essen haben. Wir essen zweierlei Burritos. Ich weiß aber nicht, was auf denen drauf ist. Ich konnte die Namen auch nicht richtig aussprechen. Aber es wurde jetzt wirklich alles, jedes einzelne frisch gemacht. Da kann man eigentlich nichts sagen. Ich hoffe mal, das schmeckt auch gut. Ja. 26 Euro hat es gekostet. 26 Euro. Okay, dann haben wir mal rein. Das ist ein Burrito, Salsa und Wakamori für das da. Und das ist meine. Ja. Also meiner Sicht, das sieht so appetitlich aus. Da war ich selber schuld, weil ich es so komisch aufgepackt habe. Meiner schon. Mittagessen war gut. Ja. Also Burritos waren wirklich gut. Wir hatten jetzt einmal mit Rindfleisch und einmal mit Geflügel. Ja, aber ich glaube, der mit Rindfleisch war besser als der mit Geflügel. Klar, weil Rindfleisch allgemein besser ist als Geflügel, würde ich sagen. Ja, das andere ist halt kein Fleisch. Ne, das war eigentlich schon lecker, weil die es halt wirklich hier direkt frisch waren. Das hat ein bisschen jetzt gedauert. Aber okay. Ich glaube allerdings, dass man hier nur zuckerfreie Getränke kriegt, weil mein schmeckt nämlich nach Süßstoff. Da bin ich mir jetzt echt sicher. Doch, mein schmeckt ganz komisch. Ich habe eine Sprite, die schmeckt komisch. Ich glaube, das ist eine Diet-Sprite. Skandal. Mag ich nicht. Goldmine. So heißt das. Wahrscheinlich nennt man das Legoldmine oder so, aber ich kann kein Dänisch. Ja. Die sieht eigentlich ganz nett aus. Harmlos, aber wir wissen ja alle, harmlos ist das brutalste Ding von allen. Zum Glück habe ich meinen Regen-Poncha an. Das Schöne ist ja, damit es sowieso den ganzen Tag jetzt regnet, ist es absolut egal, ob wir jetzt was nasses fahren oder nicht. Ja, verstand. Wir müssen korrigieren, das heißt Lego... Ego... Kanu. 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 Ego Kanu. Jetzt haben wir uns aber eine schwere Geburt. Ja, wir dachten, der Anstiegbereich ist woanders, aber ist egal. War ziemlich lustig, beziehungsweise lustig, es war sehr schön. Es war echt schön gemacht. Ja, die Figuren waren sehr, sehr gut. Die haben mir gefallen, man sieht überall so ganz normale Lego-Figuren in einer normalen Natur und das ist schon ziemlich toll gemacht. Die Fahrt her hin macht echt mega Spaß und die Boote sind auch irgendwie lustig. Die Boote fahren sehr lustig, weil diese Fahrrin relativ groß ist und die Boote viel kleiner. Das heißt, man ist immer ein bisschen seitlich unterwegs zum Spiel. Macht schon Spaß. Das stimmt. Und die Tiere sind auch schön gemacht, manche haben sie auch bewegt. Das stimmt. Am süßsten fand ich die Erdmännchen. Eine Abfahrt gibt es auch, aber man wird nicht so stark nass. Oder wir können das jetzt nicht richtig reflektieren, weil wir schon nass sind. Ja, das kann natürlich krass sein. Das kann krass sein. Aber nun gut. Wir haben noch was Nasses vor uns und ich dachte, ich denke mir, wir machen das jetzt, wenn wir schon bei nassen Sachen sind. Wir fahren gleich das nächste. Machen wir. Wir kommen aus dem River Splash raus. Und das Ding ist schon interessant gebaut. Hat ein Wikinger-Thema. Passend natürlich zum Land. Also ich finde diesen Aufzug, der ist richtig toll gemacht. Ja. Der Aufzug ist ziemlich schnell und die Abfahrt ist auch ziemlich brutal. Also ich konnte mich auch nicht festheben, aber das liegt an dem Glitschigen, an dem Regen und an dieser Glitschigen Halterung. Aber es war ziemlich lustig. Ja, es sah lustig aus, die du da gegen die Wand geknallt bist. Ich bin nicht gegen die Wand geknallt, das hältst du mit dir. Also definitiv cool. Ich glaube im Sommer ist es auch richtig lustig. Wobei man jetzt nicht so nass wird. Aber es kann halt sein, dass es heute regnet und deswegen das auch nicht so brutal ist. Wir fahren jetzt Ninjago the Ride. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist auf jeden Fall was Interaktives. Ja. Aber es ist im Trocknen, was auch schon gut hier ist. Es ist im Trocknen. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert, weil man da irgendwie so Handbewegungen machen muss, um so Ninja-Sterne zu schmeißen. Das weiß ich. Das gibt es auch bei uns in Deutschland, wie ich bin es da nur noch nie gefahren. Deswegen können wir es eigentlich nicht vergleichen und müssen das quasi jetzt so in Kauf nehmen, wie es kommt. Oh, gut. So. Ja. Wo fängt man da an? Ich glaube das Training, da kann man sich sparen. Also das Fitnessstudio-Training, weil ich kriege wahrscheinlich Oberarme bis zum geht nicht mehr, wenn ich das mal weitermache. Das ist ganz schön anstrengend. Also ich fand es ein bisschen anstrengend. Du? Ja, ich auch. Aber ich habe es am Anfang nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Ja, das sind halt Sensoren und dann muss man quasi diese Bewegung da machen, um diese Welle zu schmeißen. Und man fährt quasi immer auf so Leinwänden vor und schießt dann da quasi ab. Das ist ein bisschen anstrengend zu wissen, was man jetzt abschießt. Also so ganz verstanden habe ich es auch nicht. Und was ich da überhaupt getroffen habe, habe ich auch nicht verstanden. Das ist die Schwierigkeit. Man muss glaube ich den Jago schon kennen, um zu wissen, was ist da gut und was ist böse. Auf was schießt man und was nicht. Ja, der einzige Effekt, den ich da ziemlich geil fand, war da, wo es dann richtig heiß wurde. Ja, ja. Wo dann das Feuer kam und dann war es auch richtig warm im Bereich, wo man sich aufgehalten hat. Das fand ich geil. Das war echt geil. Das hat echt gut funktioniert. Ja und 3D war auch gut gemacht. Ja, das war auch gut. War auch gut. Lego-Gerechtheit. Hier würde es jetzt eigentlich einen 4D-Film geben, der mich interessieren würde. Wenn du aber nicht verstehen würdest. Ja, die Handlung würde ich vermutlich schon. Ich glaube nicht, damit es so ein komplexes Drehbuch ist, damit man es nicht versteht und die Sprache nicht versteht. Aber das Kino hat natürlich auch Zug gerade. Ich glaube sogar, da gibt es zwei Filme, oder? Ja. Lego City 4D Officer in Pursuit und Ninjago Master. Für... Für... Deine Menschen. Sorry. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Jetzt tanzt mit deinem Regenmantel. Ja, leider hat Old Pete's Haus zu. Ja. Dabei hätte ich mich voll drauf gefreut. Erstens ist es ein Geister-Thema. Zweitens wäre da wohl ein Freefall-Tower drin. Und so muss da einen ganzen Tag hoch die Freefall-Tower auskommen in diese Reisen. Ja. Aber schaut mal da hinten, da gibt es einen Werwolf-Ledermaus-Lego-Mann. Oh ja, den zeigen wir euch jetzt. Wir machen jetzt eine kleine Kaffeepause und wir haben was ganz Tolles hier entdeckt. Schokolade in Lego-Form. Ja, wir werden nicht lang da sitzen. Äh, steht. Die werde ich jetzt gleich alle verraschen. Wir melden uns gerade aus dem Aussichtsturm. Wir sind immer wieder ein bisschen vom Regen geflüchtet. Aber hier hat man schon einen ganz schönen Überblick über den Park. Ja. Ist schon schön. Die Aktion bei der Hürgange an den Bundarexpress und so. Aber über dieses Miniatronenland hat man den ganz gut über sich von hier oben. Und diesmal schauen wir uns jetzt auch noch ein bisschen an. Ja. 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 Wir ziehen. Ja. 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 'M stone ist Nichtsر. Kannst du schneidоко Ja, ich habe hier это winnas. Ja. Ja, ich habe mich ein paarpis or sistemisten. Die Aktion hat sich um immer wieder zu den Koffel. Für manche Leute kommt jetzt das Highlight des Parkbesuchs, ja für mich, Merchandise. Und die machen das hier natürlich taktisch klug, dass sie den Park schon eine Stunde länger offen lassen, beziehungsweise die Attraktionen in eine Stunde früher schließen, damit jeder auch noch in den Shop geht und was Tolles kauft. Ja, ich zum Beispiel. Und die Kinder sind da sehr anfertig dafür. Beziehungsweise wir wären auch gegangen, wenn die Attraktionen länger aufgehabt hätten. Das ist kein Grund. Und es ist echt ein Riesenshop hier. Ja. Hier ist alles super. Wir bauen jetzt in den Shops und haben nichts gekauft. Nein, das war alles sehr viel teurer, als wenn man es bei uns selbst kaufen würde. Deswegen bauen wir uns den Merch einfach dann online. So machen wir das. Ich muss gestehen, heute bin ich der, der gern was gekauft hätte. Ich hätte auch gern was gekauft, aber ich zahle auch keine 17 Euro für eine Tasse. Da hätte ich gestern beim Heide Park für 6er Tassen für 20 Euro gekriegt. Und hier zahle ich für, die ist doch nicht mal groß, das ist so eine kleine Tasse für 17 Euro. Spindloch. Jetzt bei Amazon für 9,99 Euro. Ja, das seht ihr. Okay, ja. Dann kaufen wir jetzt nicht zu gehen raus. Ja. Schön war der Tag, aber unser Fahrzeug geben wir ja später. Später. Wenn wir wieder trocken sind. Ja. Der Tag ist zu Ende. Leider. Es war ein durchgehend verregneter Tag im Legoland. Aber auch ein schöner Tag. Ja, ich durfte den ganzen Tag einen Poncho tragen. Naja, fast. Also ein paar Mal hatte ich den aus, aber ich hatte ihn mehr einen als aus. Ähm, ja, war eigentlich trotzdem ein sehr schöner Tag. Ich musste mich an den Regen gewöhnen. So nach einer Stunde habe ich mich dran gewöhnt, dass es regnet. Es war ja zum Glück nicht kalt, sondern es war eigentlich ganz angenehm. Von dem her war der Regen dann eher das letzte Problem. Das ist nicht so problematisch. Sagen wir ein paar Sachen zum Park. Ja. Fang du mal an. Ähm, Park von sich aus, wenn man da reinkommt, ist, ja, man zieht halt Lego. Das ist überall Lego. Klar, wenn man in den Legopark geht. Aber er ist sehr schön angelegt. Ähm, beziehungsweise ich war überrascht, wie schön ein Legoland aussehen kann. Ähm, wenn man es jetzt mal mit unserem vergleicht, ähm, in Deutschland, dann finde ich den schon schöner gestaltet. Er hat unterschiedliche Höhen, ähm, immer mal wieder grün. Und, ähm, das ganze Lego-Thema ist quasi mit der Natur so ein bisschen verschmolzen, was ich ziemlich toll fand. Ähm, was mich auch überzeugt hat von dem Konzept ein bisschen mehr. Auch die Attraktionen haben ein bisschen besser in die ganze Umgebung reingepasst. Ähm, und sind nicht einfach nur dahingestellt, was auch schon mal ein Pluspunkt, ähm, oder dafür spricht. Dann machen wir doch gleich die Überleitung hierzu zu den Attraktionen. Und wir fangen traditionell mit den Achterbahnen an. Ja. Ähm, ich fange jetzt einfach gleich, weil mich die so wahnsinnig geflasht hat, mit dem Polar Explorer an. Ja. Die war echt toll. Also, das ist jetzt wirklich mal so eine Achterbahn, wo dieses Freefall-Element richtig gut funktioniert. Ja. Und, ähm, wo wir merkt, ähm, wir haben ja erstmal geredzelt, was das für eine Achterbahn ist. Also, von wem die hergestellt worden ist. Und haben wir ein bisschen rumrecherchiert und haben herausgefunden, dass Zierer die gebaut hat. Und für Ziererniveau ist das echt top. Also, äh, sorry, ihr könnt, wenn ihr solche Achterbahnen bauen könnt, ähm, dann könnt ihr auch mit den Großen mithalten. Ähm, die ist echt gut geworden. Besonders, ähm, dann der Freefall-Moment, der echt diese ganze Bahn raushaut. Die Geschwindigkeit von der Bahn, die Fahrfiguren von der Bahn, sie fühlt sich echt gut an und macht echt Spaß. Ähm, das ist auch die schnellste, beziehungsweise die intensivste Bahn im Park. Ähm, deswegen auch da schon wieder, ähm, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Sprung Richtung, Richtung Himmel für Lego. Also, und das ist echt toll, dass sie da so eine Bahn überhaupt reinbauen. Mhm. Mhm. Jo. Dann machen wir gleich. Die andere war Dragon. 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 Dragon hieß. Dragon. Ja, einfach Dragon dazu. Ähm, ja, ist ein Powered Coaster. Ähm, das Lustige ist, dass es quasi, also, so ein Dark Ride Part hat, der ziemlich lang ist. Also, man fährt quasi da auch sehr langsam durch, aber man muss ja auch alles sehen. Ähm, und der ist ziemlich cool gestaltet, muss man schon sagen. Ähm, hätte für mich auch etwas länger sein können. Ähm, danach schießt die dann quasi raus, also fährt mit erhöhtem Tempo dann am Schluss die, ähm, oder nach draußen und fährt dann quasi ein paar Helixe durch und dann war's das eigentlich schon. Aber der Dark Ride Part ist so das, was mich da am meisten geflasht hat und auch überzeugt hat. Und die Burg drumherum sieht schon auch beeindruckend aus. Da gibt es oben auch noch so ein Restaurant, was leider zu hatte, wo so ein Ritterrestaurant. Ja. Also, der gesamte Themenbereich finde ich sehr schön. Ja. Ist schön gemacht. Auch wenn man da in diese Burg reinlauft, finde ich das ganz lustig, weil sich da immer irgendwas so bewegt, wenn man in der Warteschlange an was vorbeiläuft. Und dann ist es ja schon ziemlich cool, wenn man da vielleicht ein bisschen länger steht und dann wartet, weil man hat echt was zu gucken. Mhm. Ja. Dann gab's noch die wilde Maus, die war jetzt nicht so was Spektakuläres. Da gibt's eigentlich so viel dazu zu sagen von meiner Seite. Dieser Racer ist immer der gleiche Typ, wobei der in der Hinsicht hier angenehmer zu fahren war. Aber ich mag solche Dinge eigentlich auch nicht. So zickzack Muschstofffahrten finde ich immer doof. Jo. Und dann haben wir noch die Wasserattraktionen. Da kommt dann das, ähm, wie heißt denn das nochmal? Der River Canyon, Canyon, River, Canon. Na, der Lokflume halt. Der war ziemlich lustig mit diesen Kanus da durch die, ähm, durch dieses Gebiet da zu laufen. Ach, das meinst du, das hieß Lego Kanon? Lego Kanon. Ich hab gedacht, hä, was meinst du denn jetzt? Das war, das war ziemlich lustig, weil da war wieder der, der Punkt, wo ich vorhin erwähnt hab mit der, ähm, Vegetation und dem ganzen Lego-Gedönse. Da waren halt dann so kleine Löwen, die dann im Gras sich versteckt haben und das fand ich schon geil wieder. Ja, und es gab Erdmännchen. Ja, nett gemachte Attraktion. Dann haben wir noch das, ähm, Rafting, das, ähm, River Splash, was, äh, echt eine andere Art ist von Rafting. Ich weiß gar nicht, wie man das so in der Art bauen kann. Er thematisiert war es mit Wikinger-Thema. Ähm, hat er immer mal so, also ganz, äh, schöne Abfahrten, also so ganz kleine Abfahrten, die aber ganz schön Fahrt aufgenommen hat. Und auch ein paar größere Abfahrten. Ja, dann hat man sich auch, ist superschön gedreht, äh, gab es dann noch diesen super tollen Aufzug, der quasi ins Wasser eintaucht. Das hab ich noch nie gesehen, dass ein Aufzug komplett ins Wasser eintaucht und dann hebt er dich quasi nach oben und dann geht's halt abwärts. Das war schon lustig. Das war auch ganz schön brutal. Mhm. Joa. Ja, es gab natürlich einige Flat Rides noch, die haben wir jetzt heute nicht getestet, weil das Wetter nicht so gut war. Ähm, zu den interaktiven Dark Rides. Ninjago. Ninjago und, äh, Pharao. Der Tempel hieß das. Der Tempel. Waren beide gut gemacht, also war schon okay. Wobei ich das Ninjago noch mal ein bisschen besser fand, weil da hatte man dann quasi die, das war auch, da kommst du dann in diesen Raum rein, wo dann ja mal warm wird, dann wird's wieder kalt und so Geschichten war schon cool. War schon cool gemacht. Es gab so Elemente, Geschichten. Das fand ich eigentlich ganz toll. Was sehr doof war, war immer dieses Wegwischen. Das, glaube ich, hat nicht so hundertprozentig gut funktioniert. Aber wenn man das mal wegnimmt, ist es eigentlich eine ganz lustige Fahrt. So war es natürlich Legoland, das Thema Lego, sehr präsent. Ist natürlich klar. Äh, wir haben natürlich auch diese, diese ganzen Themenwelten mit Lego angeschaut. Es gab viel mit Niederland, ein deutscher Themenbereich. Ähm, das haben wir alles ein bisschen angeguckt. War eigentlich schön gemacht. Also, was ich echt faszinierend fand, war, wie die Schiffe gefahren sind und wie die in den Schleusen nach oben gefahren sind. Nur, um euch einen Halspunkt zu geben, wir reden von diesem Miniatur-Legoland. Also das, was man quasi am Eingang sieht, diese kleinen Nachbaustädte in Lego-Form. Ähm, ja, das war ziemlich lustig. Und das war auch alles gepflegt. Also ich kann mich erinnern, wo wir in Deutschland schon mal waren. Das ist schon ein paar Jahre wieder her. Da war das schon alles ein bisschen trostlos. Ja, da war alles so ein bisschen runter. Also das war hier so, schon deutlich aufwendiger, auch mit der Technik gemacht. Da gab es immer was zum Schauen. Hat mir eigentlich gut gefallen. Ja, also von den zwei Legoland-Geschichten, wo wir kennen, müssen wir schon sagen, dass das der bessere war. Dann zum Essen und Trinken gibt eigentlich sehr viel Angebot. Allerdings war heute so wenig los im Park, dass wirklich nicht alle Stände offen hatten. Also nur ein paar einzelne. Mittagessen war gut. Kaffee und Schokolade war auch toll. Die Schokolade war toll. Die Schokolade war toll, ja. Ich wäre gerne in dieses Pizza- und Pasta-Organ-Eat-Buffet gegangen, wie es in fast jedem Merlin-Park gibt. Nicht, weil ich mich so vollstopfen wollte, sondern weil man da die Pinguine anschauen kann. Die Pinguine waren toll. Die Pinguine hat man übrigens auch vom Polarexpress gesehen. Das heißt, wenn man dann quasi zurück in die Station fährt, fährt man an der Scheibe oder an einem Gehege von den Pinguinen vorbei. Und die haben immer da vorbeigeguckt. Also die haben wirklich geguckt, wie der Wagen auch vorbeifährt. Es war nicht nur so, dass die einfach nur da standen, sondern die haben wirklich geguckt. Das war die schon sehr interessiert. Ja. Und einer war ganz magisch von der angetan, als wir davor standen. Vor der Scheibe, der war gar nicht mehr weg. Dann kam ich, dann ist er abgehalten. Ja, wir sind sehr schnell Freunde geworden. Ja. Ja, Preis-Leistung muss man schon sagen. Legoland ist schon ein teurer Freizeitpark. Also wir haben jetzt reduzierte Tickets im Vorverkauf. Es gab hier nur vorverkauft momentan. Und haben noch 10% Rabatt bekommen und wir waren trotzdem bei 46 Euro. Das ist schon ein Stürzerpreis. Ja. Was man dem eventuell auch nicht so gut zugute halten kann, ist, der hat er jetzt von 11 bis 18 Uhr auf und von 11 bis 17 Uhr war quasi nur die Attraktionen geöffnet. Und dann kannst du halt eine Stunde noch im Park rumlaufen, fahren kannst du allerdings nichts. Aber das ist eher so eine Verkaufsmasche, damit man in die Shops geht und da es dann noch einkaufen geht. So, so denke ich. Es ist jetzt die Frage, ob das jetzt nur Zwecks der Situation, also dieser Pandemie ist, dass man das so macht. 11 bis 17 Uhr öffnet bzw. ab 11 Uhr aufmacht oder ob das wirklich so dauernd ist. Das können wir euch natürlich nicht sagen, da wir jetzt zum ersten Mal dort waren. Es sind nicht alle Attraktionen hatten heute offen. Was wir sehr schade fanden, war das Haunted House. Ja. Das hätten wir echt gerne gemacht. Das sah von außen schon super thematisiert aus. Ja, von innen wäre es bestimmt noch besser gewesen, weil dann nämlich ein Freefall Tower drin ist. Da war ich ein bisschen traurig, aber nun gut. Das hätte ich gern gesehen. Ist schon mal ein Grund nochmal zu kommen. Ist schon mal ein Grund nochmal zu kommen. Den 3D-Film hätte ich auch gerne gesehen. 4D-Film, Entschuldigung, Entschuldigung. Und nächstes Jahr macht ihr der neue Themenbereich auf. LEGO The Movie World. Das sah schon sehr weit fertig. Eigentlich sah es fertig aus von außen. Und da gibt es dann auch ein Flying Theater. Ja. Das hat, das sieht wirklich interessant aus. Das würde Spaß machen. Ja, weil das so aussieht wie das zweistöckige Bett im Film. Alle, die den Film kennen, wissen, was ich meine. Also das müsst ihr den jetzt angucken. Das ist das zweistöckige Sofa, genau. Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall mal wiederkommen. Mhm. Nicht gleich nächstes Jahr, aber irgendwann mal. Irgendwann mal. Irgendwann mal wieder. Ja. Ja, also ich bin, ich hatte jetzt hier sehr viel Schlechtes gehört. Mir hat es eigentlich heute gut gefallen. Ich fand jetzt auch, das Personal war immer sehr freundlich. Hat sehr viel Spaß mit den Gästen gemacht. Ja. Die waren alles super motiviert. Obwohl kaum etwas los war, wurde überall mit eigentlich allen Zügen, wo da waren, auch gefahren. Ja. Ja. Das stimmt. Und das permanent. Ich fand das heute sehr angenehm. Ja. Das stimmt. Das war heute echt sehr angenehm. Ja. Das war es eigentlich schon. Das war es schon. So schnell geht ein Tag vorbei. Na ja. So ist das halt. Wir hoffen, dass das Video hat euch gefallen. Ja. Würden uns natürlich über Kommentare freuen. Vor allem, wie ihr über Legoland denkt. Es gibt ja einige Resorts auf der Welt. Vielleicht wart ihr ja schon in mehreren. Könnt ihr das vielleicht besser vergleichen als wir. Vielleicht hat es euch auch gar nicht gefallen. Ich habe schon viel Schlechtes mal gehört. Würde gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja. Das machen. Kommentieren. Wie ihr schon gesagt habt. Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und? Gerne auch abonnieren. Und wer das nicht hat. Gerne. Dann sehen wir uns mal wieder. Ja. So. Das ist in der Hinsicht hier jetzt zu Ende. Wenn ihr weitergucken wollt, dann folgen wahrscheinlich die nächsten Tage, wenn ich das alles so gut schaffe, die nächsten Tagesvideos und natürlich auch die nächsten Parkvideos. Bis dann. Haut rein. Tschüss. 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 Schweigen. Das ist so vielao. Tschüss. Baby